Kürtel stößt und rekt er aber im nächsten Punkt hallo leckte Worte leckte für die Konjunktur in den Falle die habe ich gar nicht mehr mir wenn die immer haben ich habe nur das hier dieser diese diese Schlucht nicht geladen wird danklich oder mit aber nicht dass er ist also dass es überhaupt nicht mehr weg geht aber naja da sind wir im Moment ja nicht achso ich habe wieder Hunger ja jetzt nervt das Lied aber auch mal wieder so mach mal die Minecraft-Sounds noch ein Ticken lauter so mhhh oh ich sehe unser Haus ja dann kommen wir Braten und Dornat Guck mal wieder ob die Hühnchen Eier geliecht haben na ihr Hühner oh das sind ja ganz viele Eier oh 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 5 kann man die Eier essen? ne ne leider nicht im Grunde genommen bringen die Eier genau gar nichts außer es sei denn wir machen Kuchen 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 so so Klee lasse ich jetzt auch erstmal da obwohl die nehme ich mal mit jetzt lasse ich mal hier das lasse ich mal hier einfach so So, ich komme mal zu euch Ja, guck mal, das sieht doch schon voll gut aus Da warten wir noch einen Tag, da ist das fertig Passt schon Komm, sollen wir jetzt schon mal drücken, weil der Großteil ist eigentlich fertig Ne, das bringt doch nichts, weil die, die nicht fertig sind, da kriegen wir gar nichts von Dann immer Samen Doch Nein, weil die nämlich noch alle auf der ersten Stufe sind Musst du lieber noch einen Moment warten, dann lohnt es sich auch So, wie viele Viecher sind da? Ja, die Kühe, da kannst du doch auch nochmal zwei, drei abschlachten Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Drei Stück können wir, drei Stück Guck ich, zwei, drei Hier sind immer Eier drin So Haben wir auch direkt wieder mehr Fleisch Hähnchen! Bei dem Schwein weiß ich jetzt nicht Da kannst du noch einen schlachten Nein Wir sind jetzt sechs Stück drin, eins, zwei, drei, vier, fünf Braucht man nicht nur zwei? Ja, aber dann geht es doch viel schneller, wenn du ein paar mehr dran hast Soll ich die mal bitte an Soll ich die mal wieder paaren lassen? Soll ich die mal wieder paaren lassen? Soll ich die mal wieder paaren lassen? Na super, ist er schon Na klasse Wer denn? Wir sind ohne übers Feld gelaufen Ne? Ja, hat was kaputt gemacht, ne? Aber egal, lass, wir ernten doch jetzt eh gleich Jo Komm, dann lass uns mal schlafen gehen und dann, äh, schweißen wir die Maschine an Komm, wir gehen einfach in dem Bett hier hochschlafen Uh, Timo Aua, ach, toll, jetzt hab ich wieder Hunger Boah, man verliert so schnell, ne? He, im Bett aber nicht, doch, aua Jetzt, toll, jetzt kann ich nicht schlafen, weil ich Warte, einen Moment Was machst du? Ja, weil ich gerade Hunger, äh, Leben verliere, wegen dem Hunger Kann ich nicht schlafen Warte Zweimal noch, dann So, jetzt aber Ja, passt So, hallo, guten Morgen Na hallo, die Endmaschine ist immer noch nicht fertig Ja, wer hat denn damit gerechnet? Mein Zeit geht über Nacht Hallo Enderman Die haben ja schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Scheiße Dirty, dirty, dirty Dirty, dirty Dirty Oh, also ich hab jetzt auf jeden Fall genug Äh, Fleisch Was hast du denn? Dirty 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 Oh, da können die nicht gebrauchen Dirty 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 Oh, das leckt man jetzt eigentlich auch? Nö. Schade. War auch mal lustig. Ich hab immer noch den Fahrerskin drin. Und wir sind bei gerade mal 38 Minuten Aufnahme. So, wir werden gerade noch mal überlegen, ob wir an Ostern eine Folge hochladen. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt so vom Plan her passt. Hm. Ja. Da sind sie wenig. Oder ich. Nein, die. So. Fleisch. Und das kann ich auch gleich mal reinpfeifen. Ähm. Hm. Was mach ich? Ach genau. Hier den Clay wollte ich ja noch mal ausprobieren. Wo ist er denn da? Da. Und ich muss mal die das braten, ne? Verdammt. Oder wie war das denn? Ich hab noch nie was mit Clay gemacht. So war das. Ne, war das nicht. Ja, ich hab noch nie. Wo ist der Penny jetzt denn eigentlich? 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 Und Penny? Weiß ich nicht. Und Penny? Will Aschen. Warte. Was kommt noch Clay raus? Ja. Oh, zwei Stück, das war aber großzügig. Das waren nicht zwei, das waren fünf. Danke. Hast du noch mal? Ja, das war auch für Penny. Ich mach alles kaputt. Ähm. Hast du was zu essen, Paddy? Ja. Ja, sorry. Ja. Hast du was? Ja, das brauchst du nicht geben. Ich hab eigentlich genug. Okay. Achso. Gib den Timo noch. So. Unis. Thank you. Und dann würde ich sagen, ähm... Loll, warum... Ey, manche Unis sind weg. Kann nicht sein. Doch. Ey, hier saßen fünf Stück drin. Und jetzt? Jetzt sind sie nur noch zwei. Das sind die von mir, du Trollo. Nein, von mir. Ich hatte fünf, jetzt sind nur noch zwei da. Ja, dann laufen die weg. Dann laufen die weg. Tod. Dann würdest du wahrscheinlich die jungen Ecke angegriffen oder so. Wollen wir jetzt in den Dschungel gehen? Wollen wir jetzt in den Dschungel gehen? Ähm... Sollen wir erstmal irgendein Schwert machen? Guck her rein, da ist ein. Ja, da hast du mal. So. Eins und jetzt zwei. Ein Schwert und ich mach mir noch mal eine Axt. Äh, da. So. Ja, dann können wir jetzt gehen, würde ich sagen. Die Klingeln sind gesperrt. Oder so. Eine Spitzhacke, Schoffel und noch ein Schwertel. So. Ich blieb mich schon mal langsam in die Richtung. Nein. Da könnten wir ja jetzt... Ne, könnte man nicht. Das passt nicht. So. Was könnten wir? Andere Musik anmachen. Mach mal Zelda an. Bis gerade. Aber das Gute. Ne, mach ich nicht. Zufall. Mach das Gute an. Nein. Ach. Nein. Sonst lief ich. Mach das. So. Timo kommt. Äh, Patty kommst du? Wohin? Ja, zum Dschungel. Ah, ihr seid da. Ja, ich bin... Hau dich, Patty. Bleib stehen. Warum bist du so schnell? Ach, Patty vergeudet Knochen, äh, Leben. Nicht, ich verschwende mein Leben nicht. Aber dieses Schwein hat sein Leben verschwendet. Hm? In dem müssen wir kein Fleisch geben. Tja. Aber du bist doch... Na, siehst du? Super. Zeig zwei. So, wo seid ihr denn? Boah. Mal zwei. Ein bisschen Fleisch warm. Eins. Also, ich sehe gar nicht, wo ihr seid. Aber egal. Ich lauf einfach mal. Ich bin jetzt gleich da in diesem Kackturm. Kacktur! Aua! Da hab mir keins gegeben. Hallo. Warte mal, ich hab grad noch ein bisschen hier Schweinefleisch. Ja, ich hab auch. Aber es ist ja auch ungebraten, also ist das eher... nicht so schön. So, so... Ich bin jetzt an unserem Kackturm. Da ist ne Schlucht. Ich weiß, hab ich doch vorhin gesagt. Da bin ich fast reingefallen. Okay, ich komm. Chicken Wings! So, ich bin jetzt an dem See, wo wir die Munis gefunden haben. Wo seid ihr denn? Was? Wo seid ihr? Ja, ich komm. Das war eine super Antwort jetzt. In seinem Kopf. Ja, ich... Hatsch, ich weiß auch nicht. Äh, ich bin auf dem Weg. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab mich verlaufen. Was ist denn nur geradeaus? Ich bin an dem Penisturm. Da bin ich schon vorbeilang. So, dann muss ich einfach nur da lang, glaub ich. Du bist einfach nur geradeaus. Warte mal, Stefan. Bleib mal stehen. Ich geh gerade auf unseren Berg, wo die Hundis waren. Da treffen wir uns dann einfach. So, ich glaube, ich hab mich verlaufen. Ein bisschen Bergsteigen. Kann man sich in hier verlaufen? Stimmort sich verlaufen. Wo ist die Säule? Hier, die Säule gar nicht mehr. Scheiße. Ja, und damit beenden wir jetzt einfach mal diesen Part, den nächsten Part. Finden wir uns hoffentlich wieder. Achter sind wir schon. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Part. Also, wir versuchen die Säule selbst in der Naseinheber. Ich bin in der Naseinheber.